Ich bin die Unterwurzer Herr Carolin und bin seit 2019 im Naturhotel-Auzeit in der Küche. Ich stehe da früh gemütlich auf, trinke meinen Kaffee und starte mit voller Energie und Motivation in den Tag. Mir gefällt die Arbeit generell brutal gut. Ich finde es super, dass es kein Tag gleich ist und es sehr abwechslungsreich ist und auch, dass ich alle Tage wieder etwas Neues sehe und Neues dazulange. Ich bin anderthalb Jahre die HLW in Lienz gegangen, habe aber nachher recht schnell gemerkt, dass Schule gehen nichts für mich ist und habe mich nachher dafür entschieden, die Lehre im Hotel-Auzeit zu machen und habe dieses Jahr im Dezember meine LAP. Die größte Herausforderung für mich ist, wenn wir im Stress sein und ein Gast einen Wunsch hat, der was zeitaufwendig ist und wir den aber gleich brauchen. Ich bin gerne in die Berge. Im Winter gehe ich gerne Skitour und Skifahren, im Sommer gehe ich gerne wandern und ich spiele auch gerne Klavier. Das ist für mich jetzt noch eine sehr schwierige Frage, aber ich möchte auf alle Fälle im Beruf Köchin bleiben, weil es mir sehr Freude macht und ich glaube, ich habe jede Menge Möglichkeiten. Ja, mein Lebensmotto ist, geht nicht, gibt es nicht.